Oh, hallo, na, ich bin Alper, ich bin Fabel und wir sind Döner Karneval und wir präsentieren euch, wie ihr hier sehen könnt, Sachen wie zum Beispiel Pick Up oder hier die Comtesse von Balsen oder sogenanntes Arizona Half Eistee und Limonade Getränke oder Kronbacher Fassbrause oder wenn Wärters mal Schokolade macht. Wir testen zum Beispiel auch einfach nur Ketchup von Heinz. Eigentlich alles, was neu im Supermarkt ist und das fasziniert uns total und wir werden das immer für euch ausprobieren. Und deswegen, weil Fabi jetzt gar nicht mehr weiß, was er sagen soll, sag ich etwas. Und zwar, genau, wir probieren alle Produkte aus vor der Kamera und sagen euch, wie es uns schmeckt. Genau. Und wir sind immer sehr ehrlich. Sehr, sehr ehrlich. Es kann auch sein, dass ein Produkt total geil ist. Oder wir probieren sogar Katzenfutter, was anscheinend schmeckt. Richtig. Also schaut euch einfach unsere Videos an und ja, wir sehen uns. Bis dann. Bye, bye. Tschüss.